Wir stehen hier in Eppstein bei Frankfurt und sind hier für die Vogel IT-Akademie bei der Cloud Native Conference. Und dann fand ich die Atmosphäre nicht so gezwungen wie auf manchen Konferenzen, sondern sieh mich entspannt und offen. Und auch mit der Preisverleihung, das wirkte sehr cool mit dem... Ja, ein bisschen Bockstab, manche ja. Cooler Tag, cooler, cooler Stimme auf jeden Fall. Morgen und herzlich willkommen zur Cloud Native Conference 2024. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass ihr alle da seid.